Mein Enkelkämpfer, weiß ich nicht, also Kämpfer ist in dem Sinn, war er nicht, also ist mein Empfinden, also mein, war ja mit ihm sehr gut, ich habe mit ihm sehr viel zu tun gehabt, habe auch viele Ausstellungen von ihm gemacht und so weiter, also ich habe mich als Person noch ganz nicht unbekannt, also ich würde ihn viel eher als Lehrer kritisieren, ich meine, es gibt zwar auch Texte von mir, wo ich das nicht sage, aber im Grunde war vielleicht ein Lehrer aus der Zeit, also zu sehr zwang, zwänge ausgewählt worden.